Gefühlt habe ich mich besser, selbstbewusster, wieder sexy. Man bekommt Komplimente. Das Gefühl ist natürlich ganz wertvoll. Egal wo ich hingegangen bin, hat jeder gesagt, du hast dir abgenommen, was hast du denn gemacht? Ich hatte von Anfang an ein Ziel und zwar wollte ich einfach weniger wiegen als nach der Essensschwangerschaft und das habe ich auch erfolgreich geschafft. Ja, ich fühle mich sehr glücklich. Das ist mein persönlicher Erfolg. Es war ganz einfach und ich kann lecker essen. Ich habe trotzdem noch meinen Genuss. Das Lebensgefühl ist ganz anders. Ich gehe sehr gerne mit meinen Jungs raus, spielen, toben. Die Familie ist integriert, das funktioniert alles prima. Haushalt, Familie, Kinder, Beruf, Hobbys. Das funktioniert alles. Die Energie reicht aus. Ich bin auf jeden Fall mit dem Konzept mutiger geworden. Gerade beim Einkaufen greife ich gerne mal zum Kleidungsstück, was ich mir vorher nicht zugetraut hätte. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist total schön, das anzuziehen und einfach auch zu sehen, dass es mir steht, dass es gut aussieht und ich traue mich damit raus. Calorie Coach bietet ein individuelles Abnehmkonzept nach dem Prinzip aktivieren, stabilisieren, perfektionieren. Das Programm zeichnet sich durch seine einzigartigen Stoffwechselkuren und einem einfachen Erhaltungsprogramm aus. Ausgewogene Ernährung, ein Konzept ohne Verbote und Kalorien zählen, ergänzt mit natürlichen Vitalstoffen. Für langfristige und nachhaltige Ergebnisse ist uns der ganzheitliche Ansatz ganz besonders wichtig. Neben den Abnehmprogrammen mit ausführlichen Umsetzungstipps und Rezepten steht der Wissensaufbau über eine ausgewogene Ernährung im Vordergrund. So ist nachhaltiger Abnehmerfolg überhaupt erst möglich. Schnellere Ergebnisse und mehr Wohlbefinden erhalten Sie mit unseren sorgfältig ausgesuchten Vitalstoffen. Diese unterstützen Sie auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht und bilden mit dem einfachen Ernährungskonzept eine gesunde Basis. Unsere Vitalstoffe und Wellnessprodukte werden mit natürlichen Rohstoffen und unter höchsten Qualitätsstandards exklusiv für Calorie Coach in Deutschland hergestellt. Unsere Wellness-Tees in Bio-Qualität beziehen wir beispielsweise von der Nordseeinsel Sylt. Die wirkungsvollen Mischungen werden exklusiv für Calorie Coach zusammengestellt. Ich sehe eine selbstbewusste Frau, die sich einfach wieder viel mehr zutraut und einfach leicht durchs Leben geht. Dadurch hat sich schon vieles verändert, dass ich bewusster einkaufen gehe, dass ich bewusster auf Lebensmittel achte und ganz wichtig, ich koche auch anders. Ich kann das Calorie Coach Konzept nur weiterempfehlen, weil es einfach ist, weil man schnelle Erfolge erzielt, weil es sich in jede Familie integrieren lässt. Es passt in den Familienalltag und es ist leicht. Abnehmen auf einen Klick. Mit der neuen My Calorie Coach App ist es jetzt noch einfacher. Mit wenigen Klicks verfolgen Sie Ihr tägliches Ernährungsziel. Mit dem individuellen und zugleich einfachen Konzept kann jeder seine persönlichen Ziele erreichen. Nachhaltige Erfolge ohne Verbote und ohne Jojo-Effekt. Denn die Calorie Coach Maxime lauten seit mehr als zehn Jahren Abnehmen, Straffen, Wohlfühlen. Sprechen Sie uns noch heute an und beginnen Sie mit dem ersten Schritt zu Ihrem ganz persönlichen Ziel. Wir und unsere Partner freuen uns auf Sie.